Willkommen zurück zu Virtua 3 und der Schlacht von Kermorhen. Wir müssen jetzt raus zu Lombard und uns vorbereiten und dann beginnt's. Noch ein letzter Blick zurück. Ich war da schon. Jan ist bereit für die magische Kuppel um die Fester. Triss wird uns mit Feuerbellen zur Seite stehen. Und es wird kalt. Ich war da schon. Es beginnt. Woods, jetzt! Ja! Bis zum nächsten Mal. Okay, die Kuppel steht. Hat's denn so, wie Gänsehaut aus mir? Ich hab Angst. Die sind voll großartig aus. Okay, wir können die Bordel und die Bomben oder das Erdenzeichen für die Portale nutzen. Ich befürchte, ich brauch das Erden dann, weil ich hab ewig keine Bomben mehr geschmissen. Ich glaube, dann muss ich das gedrückt halten. Also hey, Triss, nicht mich. Okay. Die ersten sind gegrillt worden. Drei müssen wir insgesamt schließen. Ich weiß nicht, wie sehr auf Zeit das geht. Ähm, okay. Da ich das als erstes angezeigt bekomme, gehen wir vielleicht so rum. Okay, ich seh's da vorne. Ja, ich bin selbst reingelaufen. Ja. Hallo. Das heißt, wir sollten ihn hierher locken. Kann ich dann die Bombe da reinwerfen? Toh, jetzt stehe ich natürlich sehr doof. Ich weiß, wie hoch ich das ansetzen muss. Ja, okay, wunderbar. Das ging. Auf zum nächsten Portal einfach. Oh shit, hat er mich gesehen? Nächste Bombe. Ich beurte nur, ich zieh mir alle Gegner hinter mir her jetzt. Shit. Jetzt bin ich. Aber. Entdecker- Problem solved. Dammit. Not the hell. Geralt, komm hier! Look, sie sind regrouping. See the Commander? Name ist Imlerith. Ich erinnere ihn von damals, als ich in der Hunde bin. Dammit. Spell ist waning. Wir werden sehen. Wir werden versuchen, ihn zu töten. Nicht gut. Gar nicht gut. Keine Luftunterstützung und irgendwas, das meldet. Was ist los? In der Zwischenzeit. Und sehen wir jetzt außerhalb der Mauer. Warum? Beziehungsweise außerhalb der Festmauer. Du warst, du warst, du warst, in der Zwischenzeit. Ich kann nicht in der Zwischenzeit bleiben. Ich muss sie in der Zwischenzeit befinden. Back in der Zwischenzeit. Nein. Geralt hat die Signal von den Wurzeln, und Triss hat nicht geplant. Der Zwischenzeit. Dammit. All right, run to her. Dankeschön. Das kann man ein bisschen üben. Was war das Ausreichen? Hä? Was ist denn da noch rum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich Triss helfen. Beim Wehrgang. Ah. Hold on, Triss. Siri, get back to the Keep. No, Geralt gave the Signal. gagges Der Block ziemlich gut. Kann er auch das? Nein, das kann er nicht durchhalten. Los geht's. Triss. Dammit. Dammit. Das war's für heute. Gehrault! Ich bin ja schon froh, dass ich das nicht alles selbst machen muss, die Kämpfe. Oh Gott, aber reiten soll ich. Ich bin ja schon froh, ich bin ja schon froh. Ich bin ja schon froh. Ich bin ja schon froh. Das ist doch nicht so froh. Ich bin ja schon froh. Ich bin ja schon froh. Das muss ich wohl machen. Hallo? Ich versuch gerade da ausweichen. Ne, ich hab meinen Schnell in der Hand. Ich komme dann leider nicht hochgesprungen. Wow, wie sieht es eigentlich gerade aus so dunkel? Kann ich bitte... Kann der das wegstecken? Weil sonst kann ich nicht klettern. Klettern wäre eigentlich sinnvoller. Komm, steck weg! Ah, was macht der nicht? Shit. Finde ich gerade sehr ungeil. Ah, fuck. Das heißt, sie wollen, dass man drumrum rennt. Hey. Ja, wie soll ich denn hinkommen, wenn ich hier leicht aufgehalten werde? Ich wollte ja hochspringen, aber ich muss jetzt außenrum rennen. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtige Schwert gezogen habe jetzt. Vielleicht zweimal eins weggeschnecken musste. Ich werde so sterben gerade. Muss ich das eh gleich nochmal machen. Ja, das war scheiße. Eigentlich könnte Geralt da direkt einfach hochklettern, aber... dummerweise funktioniert das nicht so. Hetz mich nicht, das hilft nicht. Du warst nicht wieder runterfallen. Du warst nicht wieder runterfallen. Willst du nicht wieder runterfallen? Kann ich nicht. Halt die Klappe. Du hilfst nicht. Ich will nicht meditieren. Ich bin falsch, dass du wieder... ... Okay. Hau, lauf, 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 lauf! Mäusack macht schon ... The gate, dammit! Shut the gate! Okay. Hey. Hätte sie das nicht eben schon machen können. Ich soll, ähm, zum mittleren Burghof zurück. Wie komme ich denn da hin? Gut. Ich laufe euch mal hinterher. Okay. Kann ich dann, äh, war so ein Portal, ich dachte, ich müsste es zu stellen. Au. Wow. Weg, weg, weg. Ja, ich sagte weg, so viel dazu. Oh, das ist riesig. Es ist so dunkel, ist voll doof. Ich seh nix. Tatsächlich jetzt mal ne Schwalbe tränken. Okay, zu Triss, ähm, aber wie? Okay, zu Triss, ähm, aber wie? Oh, oh, immer mit ihrer Lanze. Das ist saumies. Oh Gott. Komm, ausweichen. Ähm, Leute. Lass mich durch. Kommt in mein Irren. Alles gut? Ja, danke. Pille sehen alle Fä mal. Wir mussten zurück sein. Wir versuchen durchbauen, durch die Hauptgabe. Ich bin afraid, sie können das Gelächter mit kommend sein. Was ist mit Eskel? Wir müssen nachdenken! Er ist in Ordnung! Ich werde ihn helfen! Er ist in Ordnung! Er ist in Ordnung! Er ist in Ordnung! Er ist in Ordnung! Tja, genau das wollte ich auch sagen. Das kann sie auch. Jetzt bin ich wieder dran. Ja, mit dem Angriff kann man den immer ganz gut in den Rücken fallen. Muss man auch da... Habe ich! Jetzt bin ich hier! Ziege, geh aus dem Weg! Au! Spaß nicht! Eben! Garantieskrieger, weiter besiegen! Sehr schön! Sehr schön! Äh... Ich weiß nicht wie ich das Amulett... Das werde ich wahrscheinlich noch nicht einsetzen müssen. Nein! Ist das so dunkel? Ja! Wir müssen das Gap für sie öffnen! Achso, ich wollte gerade Eskel angriffen. Wo öffne ich denn das Gate? Ähm, ähm... Boah, ich sehe nichts! Gerade da! Eskels, öffne die Gap! 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 Die Folge haben oder so! Das wäre ein bisschen blöd! Ähm... Deswegen hier ein Cut! Aber in der nächsten Folge geht's direkt hier weiter! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!